Hallo und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich noch mal ein paar Updates zu Nintendo Switch-Rombo-Spielen zeigen, weil es heute noch ein paar interessante Sachen gab. Zum einen gibt es jetzt eine Version von NX Shell, die Videos unterstützt und zu MP4-Dateien. Allerdings muss ich sagen, dass Player NX noch besser ist. Die anderen beiden Videodateien haben bei mir gar nicht erst funktioniert. Die auch funktioniert, aber es gibt immer noch keinen Ton und es kann eben auch einfach schnell mal passieren, dass das ganze crasht. Und ich glaube ganz in Echtzeit läuft das Video hier nicht ab, sondern das ist ein bisschen langsamer. Und jetzt gibt man total noch mit Videos, die 1280x27 Pixel groß sind. Und da sieht man schon wahrscheinlich auch im Video, dass es doch ein bisschen laggt. Also es ist ganz cool, dass es jetzt noch einen weiteren Entwickler gibt, der sich für Video-Playback interessiert und daran arbeitet. Aber es ist insgesamt noch nicht wirklich in einem nutzbaren Zustand. Außerdem gibt es jetzt für Reto Art für die Switch ein Update, womit man die Switch overclocken kann, sodass N64-Spiele besser laufen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich machen sollte, weil die dadurch ja mehr Strom verbraucht und wärmer wird. Also es kann durchaus sein, dass die Switch dadurch schneller kaputt geht, oder so. Aber wer unbedingt N64-Spiele auf der Switch spielen möchte, für den ist das sicherlich was. Und dann kommen wir zum letzten, oder zur letzten Homebrew, wo noch was aktualisiert wurde. Und zwar hatten wir den DS jetzt Ton. Das ganze funktioniert zwar eher so lala, aber es funktioniert. Und die haben jetzt ja auch im Menü, das es ein bisschen umständlich zu bedienen ist. Man kann hier auch mit X ein Menü öffnen, wo man die Switch auch rein totisch overclocken kann. Auf bis zu 1785 MHz oder MHz. Die normale Geschwindigkeit sind 1020 MHz. Und dann kann man jetzt auch das Greenlight out und zu ändern. Dafür muss man hier im Filebrowser einfach nur die X-Klasse drücken. Na ja, dann können wir mal kurz den Spiel starten. Zum Beispiel checkt man eine Turbo. Das ist jetzt nicht overclocked. Und dann wird man gleich sehen, dass das auch nicht so gut läuft. Das Profil ist, glaube ich, auch schon seit dem letzten Mal, dass ich das oder den Neufall erwähnt habe, dabei. Aber da kann man dann eben jetzt auch mit Ton spielen und rein totisch die Switch overclocken, sodass der Emulator ein bisschen schneller läuft. Aber wie gesagt, das Ganze kann podematisch für die Garantie und so werden. Und dann kann auch die Switch ein totisch schneller kaputt gehen. Also im Allgemeinen ist es nicht wirklich empfohlen. Die können so oder so verklocken. Und man sieht schon, eigentlich sollte das in Sekunden ablaufen. Dieser Countdown dauert schon deutlich länger. Und man kann eigentlich die Frames zählen. Das war's dann mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du mich immer gerne in den Kommentaren fragen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und tschakakao. Bis zum nächsten Video.